Bin ich hübsch? Ich weiß, ich bin schon wieder viel zu spät. Ich bin immer dem Trend hinterher. We heart everybody. Hallo, ich bin die Valentina und heute geht es um ein wichtiges Thema. Ich weiß, ich bin zwar schon etwas spät dran, aber nichtsdestotrotz ist dieses Thema sehr wichtig und ich möchte unbedingt noch auch ein Video dazu machen. Liebe hat kein Geschlecht. Ich bin Valentina Walle und gegen Homophobie. Hashtag wir gegen Homophobie. Helft mit, verwendet den Hashtag wir gegen Homophobie. Das haben ganz viele andere YouTuber auch mitgemacht. Ich glaube letzte Woche, da wo es jeder andere gemacht hat. Ich finde, es ist ganz wichtig, dass das zu Herzen genommen wird. Und ich kenne mich nicht genau aus mit der Geschichte, was zu der Zeit passiert ist. Ich habe das besagte Video nicht gesehen. Ich weiß nicht, was gesagt worden ist, wie es gesagt worden ist, wie es gemeint worden ist. Oder wie auch immer, ich möchte mich da auch gar nicht recht einmischen. Mir geht es einfach nur um die Tatsache an sich, dass es Homophobie nicht geben sollte. Und dass jeder Mensch lieben sollte, wen auch immer er möchte und was sich für ihn richtig anfühlt. Und ja, damit möchte ich das auch zeigen, dass ich gegen Homophobie bin und dass ich finde, dass man lieben sollte, was man liebt. Oder wen man liebt eigentlich. Dass man lieben sollte, wen man liebt. Und das möchte ich unterstützen. Und zwar mit jeder Faser meines Körpers und auch mit diesem Video hier. Helft mit, die Message zu verbreiten. Wir gegen Homophobie. Und ja, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Lächeln nicht vergessen und Liebe verteilen. Love is going to save the world. Love is going to save the world.